Hier wird mehr Eigenverantwortung abverlangt. Durch die höhere Eigenverantwortung werden weniger Steuern eingezogen. Dadurch ist das verfügbare Einkommen höher und dann kann die Person, die einzelne Person halt selber schauen, selber haushalten. Und oftmals führt das halt dazu, dass die Menschen dann sich dafür entscheiden, Vermögen aufzubauen, vielleicht auch eine gewisse Sicherheit zu haben und so. Einfach gesagt, es bleibt mehr Geld in der Tasche. Jeder ist an seines Glückes Schmied, ja. Und was noch dazu kommt, es gibt noch die Pensionskasse in der Schweiz. Das ist ja quasi das Pendant zur Aktienrente. In der Schweiz hat man die schon 1985 eingeführt, zumindest gesetzlich, sodass es Pflicht war. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Leute gerade im Alter, wenn sie sich die Pensionskasse zum Teil auszahlen lassen, und das machen viele, dass da mehr Vermögen vorhanden ist.